Vergangene Woche meldete sich der Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer im Frühstücksversen zu Wort und jagte eine Empörungswelle durchs Internet mit dem Statement Ich sag's Ihnen mal ganz brutal. Wir retten in Deutschland möglicherweise Menschen, die in einem halben Jahr sowieso tot wären, aufgrund ihres Alters und ihrer Vorerkrankungen. Aber die weltweiten Zerstörungen der Weltwirtschaft sorgen nach Einschätzung der UNO dafür, dass der daraus entstehende Armutsschock dieses Jahr eine Million Kinder zusätzlich das Leben kostet. Stimmt, das war brutal. Was mich an Palmers Interview tierisch aufregt und eine Sache, mit der Boris Palmer recht hat, gibt's in diesem Video. Palmer sagt in dem Interview auch noch, dass Corona ja nicht wie zum Beispiel Ebola, eine Krankheit ist, die Mitte 20-Jährige aus dem Leben reißt, sondern eine, die vor allem über 80-Jährige umbringt. Insgesamt meint der Herr also offenbar, dass es Leben gibt, bei dem es sich noch richtig lohnt, wenn man es schützt. Und dann gibt es eben Leben, bei dem man mal drüber nachdenken muss, ob es sich noch lohnt, dass man es schützt, da es ja übermorgen wahrscheinlich sowieso vorbei ist. Da muss ich als Christ jetzt mal mit etwas altmodischer Moral kommen. Wir Christen, und nicht nur wir, sind der Überzeugung, dass das menschliche Leben heilig ist. Egal, ob es aus Europa oder aus dem Rest der Welt. Egal, ob es ein intelligenter oder nicht ganz so schlauer Mensch ist. Und egal, ob es schon 80 Jahre dauert oder erst einen Tag. Leben ist an sich heilig. Da darf man nicht Junges gegen Altes ausspielen. Wo kämen wir hin, wenn wir das weiterdenken? Nehmen wir mal an, der ganze Corona-Dreck ist irgendwann vorbei. Dann könnte man ja auch auf die Idee kommen und sagen, Ah, Frau Müller, Sie wollen am Herz operiert werden? Hm, Sie sind ja schon 81 Jahre alt. Da lohnt sich das doch gar nicht mehr. Bei Ihrem Tachostand kommen Sie ja wahrscheinlich nicht mal mehr lebend in die nächste Woche. Hä? Sie haben noch Freude am Leben? Ah, das verändert die Lage leider überhaupt nicht. Das kann es ja wohl nicht sein. So, deswegen jetzt mein Tipp für Palmer und alle anderen Talker. Anstatt im Frühstücksfernsehen solche lockerflockigen Aussagen aus der Hüfte zu schießen, für die man sich dann hinterher entschuldigen muss, empfehle ich, sich vor öffentlichen Äußerungen am besten mal hinter den Schleier des Nichtwissens zur Beratung zurückzuziehen. Das ist kein Kleidungsstück für Stalker von Bauchtänzerin, sondern ein philosophisches Prinzip, mit dem man Entscheidungen treffen kann. Die Idee ist, dass man bei einer Entscheidung für die Gesellschaft so tun muss, als wüsste man nicht, welche Position man in dieser Gesellschaft hat. Also ob man eine Oma an der Beatmungsmaschine, ein Kind im Sandkasten oder eben der Oberbürgermeister von Tübingen ist. Man muss dann deswegen alle denkbaren Folgen seiner Entscheidung für jeden und jede bedenken, da man ja in diesem Konstrukt nicht weiß, welche Folgen einen später selbst betreffen und welche nicht. Und erst wenn man eine Lösung hat, mit der möglichst viele Beteiligte gut vom Platz kommen, sollte man anfangen, Interviews zu geben. Oder anders gesagt, erst denken, dann talken. Zuletzt. Ja, Boris Palmer hat sich inzwischen so halberlei für seine Äußerungen entschuldigt. Ist gut, ist gut. Aber der Schaden ist trotzdem angerichtet. Ich habe seit Beginn der Krise damit gerechnet, dass, wenn die wirtschaftlichen Schäden groß genug sind, einer kommt und sagt, Leute, jetzt müssen wir aber mal Oma und Opa sterben lassen, ne? Bevor noch eine Firma pleite geht. Jetzt ist die Büchse auf und keine Entschuldigung der Welt macht sie wieder zu. Mit einer Sache hat Palmer recht. Im Interview sagt er, der Lockdown sei ein Medikament mit Nebenwirkungen. Das stimmt. Der Schutz der Risikogruppen hat sogar immense Nebenwirkungen. Und mit denen werden wir noch lange zu kämpfen haben. Und verdammt viele andere Menschen auf der Welt wird es leider noch viel härter treffen als uns gut situierte Westeuropäer. Das ist furchtbar. Trotzdem können und dürfen wir dieses Problem nicht damit lösen, dass wir das Leben bestimmter Gruppen als nicht mehr lohnenswert darstellen. Weil dann sind wir ganz schnell bei nicht mehr lebenswertem Leben. Und dann schlägt schnell 1933. Wenn euch die Geschichte mit dem Schleier interessiert, gibt es hier eine viel bessere Erklärung als meine zum Schleier des Nichtwissens und der dazugehörenden Theorie der Gerechtigkeit. Und wenn ihr keinen meiner Zornanfälle verpassen möchtet, dann aktiviert die Glocke und abonniert den Kanal und lasst einen Daumen hier.